Bill... Nein... Alter... Ja... Wir stehen hier vor der Arena von Vertania City Und werden jetzt Giovanni eins ausblasen... Blasen... Äh... Was ist Blasen? Nicht einmal... Ich kenne die Identität des Arenaleiters von Vertania City Soweit ich weiß, ist er von allen Arenaleitern der gefährlichste Die Trainer hier setzen gerne Boden-Pokémon ein Also setz... Hätte ich... Also hole ich mir jetzt vorher... Also... VMT in den Box... Und hole mir jetzt... Feuersturm Oh... Bringt jetzt zwar nicht viele der Arena, aber okay... Ja, aber das wollte ich schon länger... Du solltest einfach nur Drago in hier kämpfen lassen... Damit das auch mal zu Drago ranrott... Kornack kommt, nach dem Manni nicht direkt in die Liga... Ja... Dann können wir das heute wirklich schaffen... Ja... Ich hole mir jetzt... Ich hole mir jetzt... Da ich gehört habe... Eis soll effektiv sein... Hol' ich mir jetzt... Nur für die Arena... Ein legendäres Pokémon... Ja... Wieso... Du heißt doch Ravonir... Das reicht... Ja... Aber nachher stirbt das... Außerdem will ich... Mit... Mit dem mal kämpfen... Ja... Und dann KFC... Wie war denn... Wer war das? Schweifini... Schweifini... Arctos... Schweifini... Ja... Du hast gedacht... Du hast vorhin irgendwas mit Schweifini gesagt... Und wie du wunderst... Genau... Schweifini... Soll ich dafür... Wen soll ich dafür rausschmeißen? Glurak... Der hat in der... Arena Enix zusammen... Hat mir vielfach schwächer... Oh... Ok... Das Glurak führt diese... Diese Arena raus... Jo... Wer weiß auch... Du musst aber danach wieder reinnehmen... Nicht dass es vergessen... Ja... Du wirst mich doch schon dran erinnern... Ja... So... Einen Knopf... Ja... Schön für dich... Ich mach jetzt die Arena von... Ich mach jetzt die Arena von... Betania City... Boah... Sch... Schade, dass ich nicht mehr die... Also... Ingsterbote Tim das gesungen hat... Da hab ich einfach mal aufgenommen... Echt? Ja... Da ich aber nicht gegen die Typen kämpfen will... Ja, versuche ich. Ich hab keinen Bock zu kämpfen, deshalb. Warte, ist das mit Teleporter? Nein, das mit diesen bewegbaren Dingern da. Die mich in eine Richtung schießen, verdammt. Muss ich doch gänzen. Die Arena Halle von Vertania Titi war lange geschlossen, doch nun ist der Meister zurück. Ich? Du bist der Meister? Ja. Meister Kleister? Ja. Gegen Sand am Meer, was ist da? Ich mach einfach Server. Sand... Sandano. Ja, ich sag Sand am Meer. Sand... Sand... also... Ja... Wasser ist effektiv, da drei ich mir. Ja, logisch. Also Dragonier passt schon. Ja, Dragonier ist halt der Beste in der Arena. Ja... Und halt Eis. Ja, Schweifee wird auch noch zum Einsatz kommen. Oder Pflanzen-Pokémon, aber da ich kein Pflanzen-Pokémon hab, sind halt nur Eis und Wasser effektiv. Slippery. Alter, hat der auch noch fünf Stück. Ich werd nicht mehr. Fick dich. Wie viele hast du schon mal tötet? Zwei. Ja. Ich mach die Arena in diesem Part. Komplett in diesem Part. Und wenn du damit schon so froh fern bist, wer denn ist denn dann? Nee, dann geben wir Robert schon besiegen. Vor der Arena. Weil wir müssten einmal vor der Liga besiegen und danach. Spoiler. Also Robert? Dann Siegesstraße? Dann Liga? Dann Robert... Dann YouTube schon oder was? Ja. Alter! Ist nicht mehr viel. Du hast vorher gesagt, dass wir jetzt Playboard 60 Parts haben. 60 Parts haben. Nee, du weißt ja nicht, wie ich das vorhabe. Ich mach für jeden Top 4 einen Part. Ist wie verarschend. Das sind dann ja schon mal... Ein Top 4 dauert nicht mal fünf Minuten, meinst mal. Ja, dann mach ich für zwei Top 4 einen Part. Also zwei Parts. Ja. Je nachdem, wie lange der Part hat. Sondern heute nehm ich dann noch mit rein rein. Halt. Ja. Die PNGs hab ich dafür ja, glaub ich, schon geholt. Ja. Der Nido King gegen den... Weißt du, was mir auch gefallen ist? Nein. Wir haben in keine einzigen Part heute Rüdiger erwähnt. Nicht einmal. Stimmt. Rüdiger. Rüdiger. Es ist wohl Zeit. Sicher. Wenn, fuck, wenn, ich muss kämpfen, sonst anders geht es gar nicht, wenn, das sage ich jetzt schon mal, im Voraus, wenn ich, wenn, wie heißt der Teil hier, ach, warum haben die alle 5? Knogger, Wasserpuff, ich denke Wasserpuff, Dragonir, wenn Dragonir, hör zu, wenn Dragonir sich das nächste Mal auf ... ... Auf Level 54. Dass er sich in den Zendel entwickelt? Ja. Okay. Du verstehst? Ja. Verstehe schon. Da er sich jetzt nach diesen... Jetzt setzt er den Übertrank ein. Da er sich nach diesem Gegner jetzt schon auf Level 50 auflevelt. Boah. Jetzt hat er immer noch 1 KP, der Knobla. Egal. Wechsel ich zu Arctos, beziehungsweise Schweifini. Damit wir den auch mal in Action sehen. Mit seinem Eisstrahl. Ja. Weil dann... Zweitens hat Dragonier wieder zu viele KP. EP. Ja, und dann ist jetzt echt nicht viel. Nicht viel. Los, Schweifini. Oh, sieht das geil aus. Boah, hat das viele KP. Wie viel dann? 164. Was? Warte mal. Hat Chlora echt 157? Ja. Welches Level ist Chlora? 51 oder so. Wow, der ist ja doch ziemlich scheiße. Glurak. Nein. Schweifini. Ja. Warum? Da sind ein paar KP-Unterschiede und nur ein Level-Unterschied. Bei Legendär, warum ist das eigentlich sonst zuhör? Welcher ist auch einfach dein Glurak so gut erzogen? Ja. Hat Glurak überhaupt Spitzner? Nein. Eigentlich nur heute hören, ne? Und Schweifini. Und KFC. Ja. Und Krebs. Krebs, stimmt. Krebs. Krebs, Krebs, Krebs. You have AIDS. You have AIDS. Haha. Nein, Spaß. Ne? Ne, ich hätte es AIDS nennen sollen. Das ist lustiger. Eigentlich ist Ebola am lustigsten. Stimmt, Ebola. Da war kein, ich sag mal, ich lieber gestorben, auch wenn sie ein bisschen Haar aufklicken. Ich hab den Halt verloren. Fick dich. So ein Krebs ist ziemlich scheiße. Ja. So. Verdammt. Ah. Nicht. Dragony hat nur noch ein Kfee, äh, kein Surfer mehr. Ja deshalb, nach diesem Kampf, sag ich jetzt mal, nach diesem Kampf, gehe ich meine Pokémon erstmal heim, weil Dragonier ist sofort auch tot. Wie viele Legis gibt es in der dritten Generation? In der dritten? Ja. Alle zu fangen oder nur in der dritten, sozusagen? Ja, nur in der dritten. Alle die aus der dritten Generation sind oder auch aus der ersten, aber da zu fangen sind? Beides. Also... Ich sag dir einfach jetzt mal die, die man nur in der dritten Generation bekommen hat. Ja, das weiß ich ja. Wie aus der dritten Generation fangt? Hä? Ja, die aus der dritten sind Graudon, soweit ich weiß. Graudon, Reikwasa, Kyogre. Richtig. Richtig, richtig. Dann gebe ich doch noch Regi Stihl, also Regi Stahl, Regi Eis, Regi Rock. Regi Stahl? Ja, wie ist Tim, wie ist Tim genannter, der... Ja, ja, ja. Richtig, richtig. Dann müsste es noch geben... Latios und Latias? Richtig, richtig. Mehr weiß ich nicht. Gibt es auch Deoxes? Yerari? Das war es, glaub ich. Warum hat Tim die nicht gefangen? Oder Scheiße? Das sind... Äh, was? Tim hat die aber nicht gefangen. Ja, das sind ja auch Event-Vokumenten. Aber die gehören zur dritten Generation. Hm, okay. Und es ist auch möglich, Mew in Smaragd zu fangen. Nur in Smaragd. Cool. So ein Event, aber das gibt es nicht mehr. Leider. Ja. Also sagen wir mal so, es war möglich. Ja, für die Leute, die damals, was weiß ich, auch echt Pokémon Conventions waren. Die was haben? Die auch, was weiß ich, die Pokémon Conventions waren. Ach so. Ja. So, ich trainiere sofort. Kurz Offscreen. Dauert kurzer Schnitt. Trainiere ich eben. Drago Nia, damit er sich beim nächsten Level Up entwickelt. Bis gleich. Ja gut. So. Hab's gemacht. Im nächsten Level Up entwickelt er sich. Wie Typ hab ich... Ah, da sind wir sogar schon bei Giovanni. Ich bin sogar gesch... Also. Er hat Rihorn, Dictri, Nidoqueen, Nidoking und Rihorn. Ich bin sogar gesch... Also. Er hat Rihorn, Dictri, Nidoqueen, Nidoking und Rihorn. Aha. Wir kommen in meinem Geheim versteckt. Hier wollte ich das Team Rocket wieder auferstehen lassen. Aber du hast mich schon wieder aufgespürt. Also gut. Und dieses Mal kenn ich keine Gnade. Ich. Giovanni. Der größte aller Trainer fordere Revanche. So. Nein. Nö. Der ist... Hat keine Chance. Vor allem nicht, wenn Dragonir das alleine schafft. Oh. Also. Das erste Rihorn ist schonmal tot. Das ist nicht so schwer. Rein... Stein. Dictri. Dictri. Dictri hat auch keine Chance gegen Wasser. Hier Tränkel, das Ding. Oh. Hat keine Karten. Mehr. Wann nochmal Wasser. Warum hat sein Dictri eigentlich schon Erdbeben und meins nicht? Na, Erdbeben ist ne TM. Soll ich noch oben muss die geben? Das ist ne TM. Vielleicht hab ich die ja. Nein. Okay. hier. Wardd. Ja! Picasso! Wir müssen dich damit bauen. Gnade. Dictri hat das auch Levem 54, wie Nidoking. Yo. Ja ja, irgendwie nochung 50, bitudini. Die haben alle Erdbeben, verdammt. Du kriegst jetzt erstmal. Hier, Hypertrank. Ich mach jetzt einen auf Giovanni, ich nehm auch Hypertrank. Toll. Seine Nido Queen ist jetzt tot. Jetzt kommt sein Nido King. Genau so. Äh. Jo. Alter. Ich hab jetzt wieder so viel vorproduziert mit dir. Hi. Und wir haben grad übrigens die neun Stunden getoppt. Vor sieben Minuten. Das war so klar. Mein Dragonier wird das glaub ich jetzt nicht überleben. Aber wozu hab ich da noch... ...Schweifini? Hm. Oh. Fast killed. Komm. Oh ne. Dragonier hat's wohl überlebt. Jetzt hat er nur noch ein, äh... Rehorn. Ja. Der Kampf war lame. Ja. Der Kampf war lame. Ich hab' nicht. Vor allem wenn ich jetzt Rehorn One-hitte, dann... ...hab ich Giovanni geschafft und dann löst er sein Team Aqua auf. Nee. Nicht Team Aqua, Team Rocket. Team Rocket. Sagst du mal Team Aqua? Ja. Rehorn ist tot. Schöne Grüße von jemandem, den man nicht kennt. Oh okay. Danke. Mhm. Ich hab' geschafft. Ha. Der Kampf war hart aber fair. Du hast gewonnen. Nimm bitte den Erd... Erd... Erdorden zum An... zum Zeichen meiner Anerkennung. Wo? Sehr freundlich. Dütütütütütütüt. Als Trailer des Erdorhens werden dir alle Pokémon in jeglichen Levels gehorchen. Ich stell' den Beweis deines Könns als Pokémon Trainer dar. Außerdem gewährt er dir den Zugang zur Pokémon-Liga. Nimm dieses Geschenk mit in deinem Pokémon-Liga-Abenteuer. CM26 Ist Erdbeben. Ey, ich hab jetzt Erdbeben gekriegt. Eine sehr starke Attacke, die ein starkes Beben verursacht. Ich habe sie vor langer Zeit geschaffen, als ich hier noch Arena-Leiter war. Ist kein Arena-Leiter mehr, oder was? Hey, yo, geil. So, ich gebe mich jetzt noch ein. Gib. Dickdrehen, Erdbeben. So, weder Dickdrehen oder Neofil. Ich gebe es Dickdrehen. Aber vorher hole ich mir erst mal meinen Plurak wieder. Yay, ich hab dich daran erinnert. Inderweck. Ey, wo die Plurak? Arctus konnte zeigen, was er kann. Schweifini. So. Es wird immer spannender. Erdbeben kriegt Dickdrehen auf jeden Fall. Boah, ist das stark. Dafür geht Schaufler weg, oder? Mhm. Jo. Schaufler brauche ich dann nicht noch? Na ja. Was, was hat er noch für Erdang? Ich hab's schon fertig. Zur Not kann ich den Schaufler nochmal geben. Aber egal. Wenn euch der Part gefallen hat, dann könnt ihr mich mit einem Daumen nach oben unterstützen. Um den nächsten Part schlagen war Robert und gehen zur Siegerstraße. 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 Sorry. Ciao. Das war's.